hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei projekt milliardär ja im november habe ich es nicht geschafft eine monatsübersicht zu präsentieren deswegen bietet sich das jetzt heute am nikolaustag an machen wir beides zusammen november und dezember und das ist ja dann eigentlich auch der jahresabschlussbericht ja was geht ab in meinem depot wie sieht es aus mit meinen finanzen das seht ihr jetzt alles in diesem video ich hoffe ihr freut euch genauso drauf wie ich es wird spannend ja fangen wir wie gewohnt mit der übersicht bei der comdirect bank an auf dem girokonto noch ein dickes minus mit 9.134 euro 36 woran liegt es ja die gründe sind bekannt im moment der kleingarten der frisst uns ein wenig die haare vom kopf wir brauchen viele gegenstände viele geräte die wir momentan kaufen und bestellen daran liegt es und gefällt mir natürlich trotzdem nicht dass da so ein fettes minus ist und so kann es auf dauer auch nicht weitergehen aber wie gesagt ich bin da guter dinge dass das nächstes jahr anders aussehen wird die visa karte da sind noch minus 31 euro belastet das wird ja demnächst abgezogen von daher ist das ein punkt der zwar schönes zu wissen aber jetzt erst mal unrelevant ja auf dem tagesgeld ist nichts drauf gibt keine zinsen dort für uns festgeld laufzeit konnten das sind noch einmal 600 euro die dort fest angelegt sind der depot wert hat momentan ein stand bei der comdirect 73.413 euro 19 ist sehr sehr gut gelaufen letzter zeit gucken uns auch ein bisschen genauer gleich an auf dem wertpapier kreditkonto also auf dem verrechnungskonto sind noch 2231 euro 99 und der rest ist alles mit der null versehen ja gehen wir mal kurz durch die position bei der comdirect bank sehen wir hier oben 21,334 aktienanteile von facebook das ist erkennbar dass das ein sparplan von mir ist der auch ganz gut läuft mit einer momentanen rendite von 44,99 prozent bei der microsoft sieht ähnlich aus 22,354 aktien habe ich jetzt da mittlerweile im depot und die rendite liegt bei 42,07 prozent alphabet da habe ich ja was später angefangen immerhin sind es jetzt 0,6 aktien und die gesamt rendite bei 25,1 prozent die amazon aktien das waren natürlich keine stückpreise beziehungsweise keine sparpläne das sind genau fünf aktien die momentan einen wert haben von 13.037 euro und 50 cent was eine plus von 112 prozent entspricht abgerundet bei mcdonalds läuft im moment nicht so richtig 9,8 55 aktien sind im depot und die gesamtrendite liegt bei 3,64 prozent die ich bisher ziehen konnte da sind die dividenden natürlich nicht mit drin deswegen fällt mir jetzt gerade auf gesamtrendite vielleicht auch das falsche wort ihr wisst was ich meine die kursrendite liegt bei 3,64 prozent und die dividenden sind hier jetzt nicht mit eingerechnet bei der bayern ag sind es momentan 52,404 aktien in dem comdirect depot ihr habt ja mitbekommen ich habe auch ein paar aktien in der gesellschaft die ich mit einem kollegen zusammen habe da kommen wir aber gleich dann zu ja und bayer hat sich gut entwickelt in letzter zeit es ist nur noch in anführungszeichen ein minus von 19,77 prozent es gibt ja da gerüchte dass da ein oder es sind ja eigentlich mehr als gerüchte ein neues medikament entwickelt wurde was in der pipeline steht und ja da müssen wir mal gucken wie es weitergeht netflix 1,478 aktien im depot mit einem plus von 5,06 prozent bei der disney habe ich ein paar anteile mehr sind ja auch deutlich günstiger das sind 32,043 aktien und das plus inzwischen auch stattliche 24,21 prozent bei apple 73,275 aktien jetzt durch den spin off letzten sind es ja deutlich mehr geworden und die rendite liegt bei 109,75 prozent boeing hat sich sehr sehr gut entwickelt jetzt wo die coronakrise dem ende hoffentlich entgegen geht und ja wieder die leute davon träumen mit dem flugzeug in den urlaub zu fliegen hat sich auch boeing ja auch sehr sehr gut erholt ähm wie gesagt plus 57,86 prozent innerhalb von kurzer zeit ähm leider bin ich bei boeing ja auch erst anfang des jahres reingegangen in die sparpläne hätte man vielleicht auch schon letztes jahr machen können gut weiß man nie den perfekten zeitpunkt gibt es nicht und von daher bin ich sehr sehr zufrieden coca cola 402 aktien jetzt inzwischen oder 402,913 um genau zu sein ähm das paket wächst und mein erstes ziel waren ja mal 500 aktien dauert noch ein bisschen aber 400 aktien sind natürlich auch schon mal nicht schlecht ähm ja die rendite liegt bei 12,12 prozent das ist jetzt nicht so der hit ähm klar die dividende ist sehr zuverlässig und ähm tut dann auch immer gut aber naja von dem kurs her darf man von coca cola glaube ich auch nicht zu viel erwarten general electric 36 361,102 aktien ähm hat sich sehr sehr gut entwickelt in den letzten ähm wochen ihr könnt das ja auch hier in diesem kleinen chart sehen der hier abgebildet wird von der comdirect bank ähm ja der boden scheint gefunden zu sein ich bin gespannt wie weit es hoch geht ich werde aber weiter ähm diese aktie nur noch mit 25 euro im monat besparen ja tesla ähm rendite liegt bei 160,21 prozent leider sind es aber auch nur 3,063 aktien aber immerhin entspricht das ja fast 1000 euro 931 euro 33 von daher sehr sehr schön ähm ja die ehemalige äh tochterfirma von äh general electric optec ähm hat im moment ein plus von 10,03 prozent ähm ist weiterhin bei den 10 aktien geblieben und ähm ja das läuft so vor sich hin ich sehe jetzt nicht einen da weiter zuzukaufen momentan aber ich werde die auch einfach erstmal im depot halten weil ein verkaufmarkt auch schon allein von den order gebühren nicht wirklich sinn ja der emerging markets etf läuft ganz gut mit es sind inzwischen 1,407 anteile und ein plus von 5,31 prozent barry gold ist ein bisschen runter gekommen in den letzten tagen und wochen ähm 200 aktien weiterhin wenn es weiter runter gehen sollte würde ich auch hier nachkaufen wie gesagt ich ärgere mich ja immer noch dass ich das damals vor 2,3 jahren nicht schon gemacht hatte ja dann haben wir hier das bitcoin zertifikat und das ist der returner des jahres bei mir im depot ähm da war ich ja noch bis vor kurzem starke minus jetzt ist es ein plus von 34,30 euro ist natürlich sehr sehr abhängig vom bitcoin preis von daher ist der wert des zertifikates jetzt auch mit nach oben gegangen nel asa 1500 stück weiterhin im moment eine rendite von 237,23 prozent ja vor kurzem der kursrutsch der ja ich habe schon überlegt nachzukaufen ich hatte in dem moment das kleingeld dafür nicht und äh ja habe mich für andere aktien entschieden und im nachhinein ist man immer schlauer aber ich glaube inzwischen zu wissen dass an der börse nie ähm der perfekte zeitpunkt da ist und ähm dass man sich auch immer ärgert egal wie es läuft mal kauft man zu spät mal kauft man zu früh mal verkauft man zu früh mal verkauft man zu spät ihr wisst was ich meine es gibt nie einen perfekten zeitpunkt und ähm ja das problem ist man guckt ja dann im nachhinein trotzdem noch auf die werte die man mal hatte die man ähm ja vielleicht dann doch zu früh verkauft hat ähm und dann ärgert man sich auch noch darüber also von daher eigentlich hatte ich mal eine regel im nachhinein nicht mehr auf kurse zu gucken von vergangenen aktien ähm man tut es aber trotzdem und ähm ärgert sich aber diesen ärger muss man dann halt auch akzeptieren ähm ja die visa aktie 6,478 anteile sind das momentan und ein plus von 6,99% hat jetzt letztens auch dividende ausgeschüttet das waren 1,50€ glaube ich bei mir müsste ich jetzt nochmal nachgucken also es ist noch sehr sehr wenig bei mir und visa ist ja auch jetzt nicht der top Dividendenzahler ja Vanadium Corp ähm der Penny Stock den ich immer noch da ja rumlaufen habe ihr seht das der macht manchmal 38% an einem Tag geht aber am nächsten Tag auch wieder 50% runter ja meine Lehre wie gesagt ähm hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht lasst besser die Finger von so einem Schrott ähm ja der bringt euch nicht weiter der MSCI World ähm ETF der jetzt seit kurzem mit dabei ist hat im Moment eine Rendite ähm von 6,08% hinter sich seit Kauf ähm ist ja auch eine Sparplanposition bei mir und ich habe im Moment 1,196 Anteile davon ja jetzt haben wir hier einen Blick auf das Verwalterkonto ähm wo die Mieten reingehen und Ausgaben von weg gehen wo wir auch jeden Monat unser Geld für unser privates ähm Konto entnehmen um auch die Kredite an die Banken zu bezahlen ähm ihr seht einen Kontostand von 7.634,90€ ja hier habt ihr nochmal eine Übersicht der Immobilien die im Moment in unserem Bestand sind viel getan hat sich da nicht also ihr seht in der obersten Zeile das Haus in dem wir selber wohnen und die vier Wohnungen die wir momentan vermieten es waren ja mal sechs aber zwei konnten wir Anfang des Jahres verkaufen die untere Position die ihr da seht diese ähm mit dem gelben Hintergrund das ist der Kleingarten den wir da äh jetzt übernommen haben in letzter Zeit das ist nicht wirklich eine Immobilie es ist also steht ein kleines Haus drauf ja aber es ist keine wirkliche Wohnimmobilie da vermieten wir auch nichts ähm aber trotzdem hat diese Kleingartengeschichte ja auch einen gewissen Wert ähm ja und der steigt momentan da ich äh sehr viel darin arbeite und auch viel investiere von daher habe ich das jetzt einfach mal so festgehalten wie gesagt da äh läuft nichts da gibt es keine Mieteinnahmen nichts und von daher ist das eine Position die irgendwann mal vom Wert her anders bei mir kalkuliert wird im Moment sind da ja 5000 äh eingetragen irgendwann wird da eine höhere Summe stehen wenn ich einsehen kann wie viel ich jetzt wirklich da verballern an Geld und dann ist das ein Betrag der da auch mehr oder weniger fix ist klar da wird auch wie bei den anderen ein wenig die Inflation einkalkuliert aber ähm das ist jetzt nicht wirklich ein Renditeobjekt ja ansonsten hat sich da eigentlich auch wenig getan der eine Mieter der unser Geld schuldete hat jetzt problemlos nachgezahlt eine kleine Reparatur stand an bzw. Wartungsarbeiten in dem Häuschen da hat die Mieterin ja ihre Rechnung nicht bezahlt ihre Gasrechnung nicht bezahlt und dann fiel ihr jetzt im Winter auf das Jahr kalt ist und ähm ja was soll ich dazu sagen der Anbieter hat natürlich aufgrund der nicht bezahlten Rechnungen den Zähler ausbauen lassen und das fiel dann der Mieterin auch noch mal ein da der Zähler ausgebaut war muss die Leitungen mussten dann überprüft werden und dafür stehe ich dann wieder gerade wobei das steht noch in der Klärung ob ich das wirklich machen muss weil hätte die Mieterin das nicht getan ihre Rechnung weiter fleißig bezahlt hätte ich auch nicht die Leistung Leitungen überprüfen müssen ja ich halte euch auf dem Laufenden falls sich da noch ein bisschen mehr ergibt aber momentan sehe ich nicht ein das bezahlen zu müssen ja gucken wir kurz bei der Commerzbank rein das ist ja ein eine Übersicht die zweigeteilt ist ihr wisst dass wir sehen hier das Vorteils Konto das ist privat von mir da sind 567 Euro 43 drauf an Rücklagen für Renovierung bei den privaten Immobilien aber alles was da drunter kommt das ist im Namen der GmbH sage ich jetzt mal das Geschäftskonto weiß 24.603 Euro und 91 Cent auf das Sicherheiten Konto das ist dann praktisch unser Trading Konto für Optionshandel im Moment 51.551 Euro 12 und im Depot haben wir einen Wert von 25.388 Euro und 95 Cent und da gucken wir jetzt mal kurz gemeinsam drauf ja schauen wir uns die Positionen kurz an die im Depot der GmbH sind sehen wir die 500 Bayer Aktien die über den Optionshandel ins Depot gewandert sind die Prämie war ganz gut die wir eingenommen hatten und auch wie gesagt die Bayer Aktie läuft momentan relativ gut so dass wir trotzdem noch ein Minus von 10,67 Prozent dort stehen haben was um die 2.900 Euro aufgerundet entspricht aber ich bin da guter Dinge das wird denke ich mal eine erfolgreiche Geschichte werden mit Bayer im Depot habe ich überhaupt gar keine Magenschmerzen vor allem wir haben jetzt auch Call Optionen verkauft auf diese Aktien das bedeutet dass wir die für 60 Euro verkaufen müssten und haben dafür jetzt auch noch mal eine nette Prämie erhalten wie gesagt wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt wie ich das mit den Optionen mache und welche Optionen vor allem kann ich da gerne auch mal extra Videos zu machen dann schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann würde ich das tun natürlich ist das dann so wie alles bei mir keine Anlage Empfehlung ja ansonsten haben wir jetzt wie besprochen wie in den letzten Videos gezeigt das erste Mal auch den Nasdaq ETF im Depot mit der GmbH genauso wie den Emerging Markets ETF und die alten Bekannten sind ja der MSCI World und der S&P 500 ja gucken wir ins Private wieder gucken wir auf Trade Republic hier habt ihr einen Screenshot der sagt dass das Depot dort im Moment einen Wert von 6476 Euro und 29 Cent hat gucken wir jetzt mal auf die einzelnen Positionen bei Trade Republic ja hier habt ihr alle Positionen aufgeführt wir haben 20 Pepsi Aktien drin das läuft im Moment relativ gut ja ich bin froh dass ich jetzt nach Jahren Pepsi auch mal ins Depot aufgenommen habe da wart ihr ja auch nicht unbeteiligt ihr habt ja auch bei einer Abstimmung mal dafür gestimmt Pepsi zu holen vielen Dank noch mal dafür und wie gesagt da kommen regelmäßig neue Abstimmungsvideos und beteiligt euch gerne daran wenn ihr da nichts verpassen wollt dann abonniert doch gerne hier den Kanal wäre super und würde mich auch motivieren weiter zu machen ja die Shop Apotheke ja sieht im Moment nicht ganz so gut aus mit minus 11,42 Prozent aber ich glaube weiter an die Story von daher mache ich mir da auch keine großen Sorgen die Bayer Aktie ist da auch noch mal vertreten im Depot das ist ganz interessant die sind jetzt dann wirklich auch in jedem Depot bei mir drin Microsoft das ist als kleiner Trade zu sehen die richtigen oder die langfristig interessanten Aktien von Microsoft für mich sind ja in meinen Comdirect Depot aber hier habe ich auch noch mal fünf im Trade Republic Depot momentan verfügbar ja Münchner Rück ist neu drin da habt ihr ja auch über eine Abstimmung geholfen die ins Depot zu hieven genauso wie Bio und Miet das kam ja jetzt letzte Woche neu dazu und die 3M das ist ja dieser Sparplan den ich jetzt mal teste mit den zehn Euro im Quartal wobei das werde ich demnächst wahrscheinlich auch mal aufstocken und ein nicht investierter Betrag von 228 Euro ja gucken wir auf diesem Screenshot auf einen Kontostand von 47.729 Euro und zwar seht ihr hier die Übersicht bei CapTrader wo ich Optionshandel betreibe und ja dieser Barwert der da angegeben ist ist halt der Wert momentan von meinem Depot von meinem Konto dort also Optionen und das Geld was da noch verfügbar ist und ja wie ja wie gesagt wenn ihr da wissen wollt welche Optionen ich da handel und welche Prämien das dann entsprechen dann könnt ihr das gerne schreiben wie gesagt ich bin kein Optionsprofi aber ich kann da gerne ja mal kundtun was ich da so mache könnt ihr mir vorstellen dass ich dann einmal im Monat ein Video dazu präsentiere und ja dann schreibt es gerne in die Kommentare wenn ihr es sehen wollt und dann machen wir jetzt weiter ja gehen wir nochmal zum Thema GmbH wir haben hier nochmal ein Konto für die GmbH von der Postbank momentaner Kontostand 1411,34 Euro ein Konto was wir im Moment kaum nutzen und wo wir überlegen ob wir das langfristig weiter halten wollen Gucken wir fast zum Schluss nochmal auf die Mitarbeiteraktien meiner Frau warum zeige ich eigentlich immer nur die Mitarbeiteraktien und nicht ihr Kontostand erstens denke ich ihr Kontostand geht mich gar nichts an weil da ein bisschen Privatsphäre ja doch noch sein sollte aber ich denke die Mitarbeiteraktien sollten motivieren euch euch Zuschauern vielleicht auch mal darüber nachzudenken wenn möglich und wenn auch spannend für euch mal in die Unternehmensaktien der eigenen Firma zu investieren wie gesagt ich finde das ein sehr wichtiges Thema und wir hatten ja schon mal in einem anderen Video das Thema dass das kaum genutzt wird also wie gesagt wenn ihr in einem guten Unternehmen seid von dem ihr überzeugt seid dann macht doch bei diesem Mitarbeiterprogramm mit ähm im Normalfall lohnt sich das dann schon es gibt natürlich Ausnahmen ähm aber die Regel ist da anders und ähm ja deswegen zeige ich den Depotstand von den Mitarbeiteraktien meiner Frau und der liegt im Moment bei einem Wert von 3959,28 Euro und ähm die Firma selber hat dazu immerhin 756,72 Euro dazu getan ja kommen wir jetzt zur Übersicht und dann sind wir fertig ja gucken wir uns zum Abschluss die Monatsbilanz noch mal auf einer Seite komprimiert an hier findet ihr alle Werte über die wir vorhin schon gesprochen haben ich brauche sie ja jetzt nicht nochmal alle ähm neu nennen denke ich mal ähm wie gesagt Besonderheit bei den Immobilien die Kreditsummen die noch offen sind und der geschätzte Werte Immobilien das habe ich dieses Jahr so gemacht und das werde ich nächstes Jahr auch so machen da werde ich Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich schon im Januar eine neue Bilanz ziehen und den Wert kalkulieren und auch die Kreditsummen die da noch offen sind aktualisieren mit den Bescheiden der Banken zusammen so dass sich da nächstes Jahr dann erstmal die Werte auch wieder anpassen werden aber ansonsten zählt jetzt im Moment der Rest weil da äh bei diesen Immobiliengeschichten habe ich ja jetzt erstmal nichts geändert das kommt halt wie gesagt noch abonniert gerne den Kanal wenn ihr da weitere Infos haben wollt nächstes Jahr ja wie gesagt die Sachen die ihr gerade im Verlauf des Videos gesehen habt habe ich jetzt hier in diese Excel Liste eingegeben so dass wir zum Schluss ein Gesamtvermögen von 656.578 Euro und 10 Cent angezeigt bekommen so heißt das so gucken wir dann auf die Übersicht im Jahresverlauf sehen wir dass da doch einige Lücken sind das heißt ich habe ein paar mal geschlampt im März gab es keinen Bericht im Mai gab es keinen Bericht im Juli gab es keinen Bericht und im November nicht aber ja wie gesagt zwar ein turbulentes Jahr viele Dinge sind ins Rollen gekommen viele Sachen sind auch nicht so gut gewesen ich denke mal ich werde im Verlauf der nächsten Wochen noch einen Jahresbericht machen was so die Tops und Flops waren das habe ich noch fest auf dem Schirm und ja dann gibt es nochmal darüber eine kleine Zusammenfassung aber wir sehen jetzt hier den Wert den ihr gerade gesehen habt die 656.000 Euro im Dezember eingetragen und das sind immerhin fast genau 10.000 Euro mehr als im Oktober auch wenn der Kontostand des Girokontos noch so mies aussieht trotzdem der Rest ist ganz gut gelaufen ist natürlich auch ein bisschen der gut laufenden Börse der letzten Wochen geschuldet ansonsten wäre diese Steigerung nicht möglich gewesen aber 10.000 in zwei Monaten ist natürlich eine tolle Sache und das kann gerne so weitergehen ja schauen wir uns das nochmal im Diagramm an seht ihr hier die Lücken natürlich ich hoffe dass ich das nächstes Jahr reduzieren kann mit den Lücken und diese Steigerung von den 10.000 Euro oder um die 10.000 Euro kann man hier an diesem Diagramm erahnen ja schauen wir uns noch die Jahre im Vergleich an gehen wir nochmal ein bisschen weiter rüber sehen wir Ende 2019 gab es einen Kontostand oder Vermögensstand von 473.000 Euro abgerundet und jetzt sind wir wie gesagt bei den 656.000 Euro das ist dann natürlich mal richtig cool und ja es sind 200.000 Euro knapp und das trotz des Wirecard Problems was ja noch Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres mich erwischt hat mit dem hohen Verlust ja ich bin ziemlich zufrieden innerhalb von einem Jahr ist das schon eine tolle Sache und kann gerne so weitergehen ja wie gesagt abonniert gerne den Kanal wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht bei mir weitere Videos werden folgen mir macht das ziemlich viel Spaß hier die Sachen zu kreieren ist auch ein Stück weit Eigenmotivation ich brauche das eigentlich nicht um irgendwie zu pollen oder sowas soll mich halt motivieren meine Ziele zu erreichen ich hoffe sie animieren euch auch eure Ziele zu verfolgen ja weil ich denke man lebt nur einmal und sollte schon das Bestmögliche aus diesem einen Leben machen ja das war noch ein schönes Schlusswort finde ich ja liked das Video gerne abonniert den Kanal wie gesagt das Video könnt ihr natürlich auch gerne teilen würde mich freuen wenn auch ein paar neue Zuschauer mal dazu kommen und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Video bis dahin alles alles Gute